Pinselstrich für Pinselstrich, Farbtupfer für Farbtupfer. So zaubert Toni Gerhardt in seiner Freizeit ein Acrylgemälde nach dem nächsten. Der erst 16-jährige Schüler aus Wintersdorf ist sowohl ein leidenschaftlicher als auch talentierter Maler. Er orientiert sich am liebsten an den ganz großen Künstlern der vergangenen Jahrhunderte. Impressionist Claude Monet, Jean-Auguste Dominique Ingrés und Barockmaler Rembrandt. Also ich mache Bilder, wie man sieht und versuche mich ja dabei sehr streng an der Realität zu halten. Denn das ist nämlich auch so meine Richtung. Ich mag jetzt nichts, was jetzt so modern ist, denn das kann jeder. Wo einfach bloß drei Striche nebeneinander sind. Ich mag mehr so das Alte und das Reale, wo man damit was anfangen kann. Toni Gerhardt hat die großen Meister kopiert sowie mit eigenen Details versehen. Und damit auch die Öffentlichkeit von seinem Talent erfährt, hat er seine Werke vor kurzem ausgestellt. Dabei waren seine Gemälde recht gefragt. So sagt der junge Maler, dass er in den vier Wochen 23 seiner Kunstwerke verkauft hat. Ein erster Erfolg, auf den er stolz sein kann. Ja, da habe ich mich schon gefreut. Und dann als der erste Artikel in der Zeitung standen, da haben dann die Leute angerufen aus Leipzig, Berlin und wollten Bilder kaufen. Und das hat mich sehr gefreut, dass sich so viele für meine Bilder interessieren. Finde ich ganz toll. Seit der Ausstellung ist Toni Gerhardt ein gefragter Auftragsmaler. So zahlt sich schon jetzt seine frühe Begeisterung für das Zeichnen und die Malerei aus. Er war ungefähr drei Jahre alt, da ging das schon los. Als Spielzeug und solche Sachen. Also hat er immer abgelehnt und hat gesagt, nee. Aber wenn man Stifte geschenkt hat und Papier, da hat er sich hingesetzt und da hat er gemalt. Und das war schon immer seins. Also da konnten wir ihn immer glücklich machen und eine Freude. Immer. Toni Gerhardt bildet vor allem Landschaften, Tiere und Menschen ab. Ein paar Proportionen stimmen zwar noch nicht ganz, aber den Faltenwurf setzt er bereits gekonnt um. Trotz seines großen Talents sieht seine Kunstlehrerin noch Verbesserungspotenzial. Ich denke, er muss noch ein Stück an seinem eigenen Stil weiter feilen. Er hat viele gute Ideen, er hat eine große Bandbreite an Möglichkeiten, was das Handwerkliche anbelangt. Aber ich denke, er muss noch ein bisschen daran arbeiten, wie er sich selbst verwirklichen kann, wie er selbst seine Themen und seine Ideen umsetzt. Ich bin noch in der experimentier Phase sozusagen. Ja, das wird noch kommen, denke ich mal. Oder hoffe ich mal. Aber das wird noch dauern, ehe ich mich da so entwickle und mich festlege. In ein paar Jahren wird der erst 16-Jährige seinen eigenen Malstil finden. Und wenn er sich darauf festlegt, sind seine Kunden wohl nicht mehr stolz, einen gefälschten Rembrandt zu haben, sondern einen echten Gerhardt. Und dann gehen wir da.